Hier ist mir fast in die Birne geflogen. So, guten Tag hier. So, machen wir das jetzt noch mal das Ganze. Ja, ich nehme es schon gar nicht mehr auf die Hand, sondern auf die Hüse. Hier, ich halte es da hin, so wie das die Damen oder Herren wünschen. Ja, guck mal hier. Perfekt. So, jetzt war doch auch noch ein Hönchen da. Wo ist das denn hin? Ja, Hönchen, magst du eine Nuss? Dann muss die runterkommen. Das ist lecker, ne? Oh, jetzt fliegt es sofort. Weit im Baum. So, und was willst du? Guck mal, da hängt noch was dran. Sönchen, wo bist du denn? Magst du eine Nuss? Nein? Ach, du frisst wieder Knospen. Ach, da bist du ja wieder. Du hast ja schon alles leer gemacht. Jetzt muss ich wieder filmen. Ja, du kannst auch mal weiter vorfliegen. Wann, ich muss hier immer blöd stehen. Das hast du vom Zombie gelernt. Du hast ja eben ein paar weggeworfen. Hönchen. Also langweilig, ich nicht mehr. Ich sag's nur. So, jetzt bist du aber fertig. Willst du eine Nuss? Komm, hol dir eine Nuss. Noch eine Knospe? Du bist der Knospenfresser, stimmt. Komm, hier ist ein Nüsschen. Knospen. Nein, Knospen. Ist es halt so.